Kennst du das? Du löst einen Zauberwürfel, während du mit deinen Inlineskatern auf einem Berg hinabfährst und so abgelenkt bist, dass du von der Klippe stürzt und dann in einen Heißluftballon landest, der Abstürzen zu droht. So überlebst du das. Sollte der Korb deines Heißluftballons abfallen, dann schlau, Bruder. Schreibe schnell eine Chaya an. Da du keine Ahnung hast, wie du mit Frauen schreiben sollst, wird sie dir direkt einen Korb geben. Diesen Korb kannst du nun am Heißluftballon befestigen. Jetzt wichtig, ruf Bosse. Sollte aber die Luft aus dem Ballon entweichen, haben wir hier die Klassikerlösung. Besorge dir eine Funny Frisch Tüte und öffne diese genau unter dem Ballon. Die Luft in der Tüte bläst den Ballon wieder auf. Jetzt musst du aber nur noch aufpassen, dass der Ballon nicht zu weit nach oben steigt. Folge aller D, um keinen Korb mehr zu kriegen.